Das Böse, das Sie getan haben... Das Böse? Was hab ich denn getan? Oh, ich hab aber wirklich nicht viel Böses getan, glauben Sie mir... Sind Sie ganz sicher? Denken Sie mal nach. Denken Sie sorgfältig nach. Ich helfe Ihnen Marseille, das liegt 20 Jahre zurück. Ein Gasthof in einem Katalanendorf. Dort war der Wein nicht so teuer wie hier. Er kostete nur weniges zu. Sie meinen das Gasthaus von Caderousse? Ah, fällt es Ihnen wieder ein? Sie erinnern sich wohl nicht an einen Sommertag, nein? Wo Sie zusammen tranken? In der Gartenlaube mit Fernand Mondego, mit Caderousse und... Augenblick! Woher wissen Sie das alles? Decker von Vortechristo.